ab ab die wir Lohnwolf zu mir die Diese Leute versuchen mich zu töten, aber warum? Haha, diese Leute versuchen mich zu töten, aber warum? Ach, was bist du? Wieso bist du denn schon wieder? Kann ich mich auch nicht heilen oder so was? Irgendwie kann ich sowieso irgendwie gar nichts. Wir brauchen doch alle viel weniger Ammo zu haben als ich. Ja, wir sind die Henchmen, Junge. Ich hab grad nur so'n Knüppel. Genau, das scheint immer irgendwie zu variieren einfach mal. Oh, jetzt hab ich was Cooles. Super Henchman! Da ist er nochmal! Au! Oh! You killed me! Aber why? Und du? Soll ich alleine... Ach so, jetzt... Jetzt müssen wir die... Jetzt müssen wir die Expandables sein, ja. Alter! Das ist nicht easy peeple! Ach so! Ihr habt da neun Punkte quasi. Und jetzt müssen wir hier... Mehr Punkte nach. Gut, das ist natürlich... Zwei gegen eins ist natürlich so ne Sache. Da verhältst du ne ganze Menge aus. Guck mal, der Bromond ist schon fast zum Eimer. Ich bin tot! Haha! Bäh! Woher sitzt hier? Woher sitzt denn hier? Oh! Da taucht der einfach hinter mir da auf! Hab daneben! So schnell kannst du nachladen? Haha! Ne, ich hab die Waffe... Ich hab toll... Guck mal, wie schnell du wieder riesen kannst! Guck mal, wie schnell du wieder riesen kannst! Spawn... Spawn Trapping! Ja, Jungs! Hab ich euch ja mal gezeigt, wo der Froschi Locken hat! Mhm! Jetzt gibt's aufs Maul! Gehen wir auf die Lasers! Bäh! Oh, wir legten so ein bisschen lower. Ja! 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 Und jetzt ist es... Ja! 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 So, die leckt das so ein bisschen lauer. Du leckst wirklich, ja. Hast du ihn gekriegt? Ja! Ich muss mit ordentlich lecken. Playtime's over. Boah, jetzt müssen wir eigentlich nur immer wieder Alex killen. Mhm. Ich glaube ich werde diesmal gar nicht gewinnen. Ich werde mich nicht in. Arsch. Ah? Hä? Wie geht ein komischer Fahrstuhl hier auf und zu raus? Nein! Ey geil! Ich bin in den Fahrstuhlschacht gefallen. Also meine Beine zumindest sind von unten rausgekommen. Oh nein! Ah, das war ja mal... Luck! Luck! Waaah! Wieso hast du mich da denn noch erledigt, ey? Keine Ahnung, ich hatte einen Raketenwerfer. Ich hatte ganz schön Radios, das Ding, ey. Ey, Roman, du musst nach 80 Sekunden überleben. Ich glaube, du spawst nicht oder so. Dampf! Und jetzt? Nur mal das ganze. Der Eimer Mann da. Der macht's auch. Dampf! 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 Weg! Cool, oh! Nicht schlecht! Ich hab... Trainiert, Junge! Ah! Dampf! 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 Puh, das war knapp. Ich sah gerade noch so einen Lichtstrahl. Dampf! Wuhh! Dampf! Spring runter! Rechts unten! Den markieren wir doch einfach mit dem Scheiß nicht. 1 nein ich wollte klar das ist jetzt immer ich schreibe von uns statt sich den und der andere ballert einfach voll drauf im raketenwerfer Hahaha They tried to kill me, but why? Hahaha I made a fit worse than death Wieso gehst du nicht kaputt? Du hast mich überhaupt nicht getroffen, Junge Ja, du hast dich geschossen Ich hab voll draufgeballert Kackleck Ich weiß nicht, warum ich hier so schlecht bin Nein! Hahaha Ins Gesicht, Junge Haha Häää? Haha, scheiße Alter Hahaha Playtime is over Alter! Geil, Mann! Jetzt geht's mit einem im Rohr! Nicht! What do you want from me? I'm just a regular guy! Nicht! Geil! Geil! Hehehe! Huh? Ich hab dich nicht umgebracht. Ich bin einfach umgekippt. Keine Ahnung, wie war das denn? Ich hab dich nicht umgebracht. Ich hab dich nicht umgebracht. Ich hab dich nicht umgebracht. Ach Mann! Aber egal, ich war ja schon lange tot. Da löst irgendwann dieser Schuss. Ja. Ich lasse nämlich auch so weg. Deswegen hab ich da nicht mehr drauf geachtet. Egal, ihr könnt gleich das Replay sehen, wenn ihr wollt. Ich lad euch das hoch. Mhm. Ja. Das ist selten eigentlich. Godzilla gegen irgendetwas anderes. Ja, genau. Haha, okay. Wie er vorgekommen? Ja! Ja! Egal, er will. 사ad merkte Ja, ah war das falsche. Ja genau. Ich hab da einfach irgendwo den King geballert. Nein, 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 nein. Scheiße. Der hat doch kein King. Oh, shit. Überlebe, Simon, überlebe. Seh'n nicht. Ja, wir können doch hoffen, dass... Bei mir hat sich noch nicht die Rakete gelöst, sowas. Krieg, jetzt musst du eine halbe Minute überleben. Die Zeit wird immer länger. Mhm. Genau. Hinter dir! Lauf! Ohohoho. Nein? Oh no! Dein Leg geht mir echt auf den Stack. Ja, mir auch. Aber manchmal ist er ganz praktisch. Bei mir bist du eher tot. Alex. Aber Chris ist doch mal bei mir auch tot angezeigt. Nee, hier nicht. Ich bin weggesprungen. z. Äh. Näh, äh. Äh. Fuck! Oh, 50 Sekunden. Oh, kein Problem. Ich glitsche mich einfach so durch die Welt. Mhm. Ja! Alter. Game over, Junge. Game over. Ihr alten Muschi-Taucher. Das wär's das Erste von uns. Wer uns gefallen hat, dem kann ich nur empfehlen, demnächst mal wieder auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Ich geb mir auch alle Mühe, meine Commentary-Fähigkeiten ein bisschen zu verbessern. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.